Michael, du bist dort ein wenig ausgestanden. Du warst der Einzige, der sie nicht gerade komplett abgesabert hat, sondern ganz wie ein Gentleman, einfach ein kleiner Kuss auf die Backe. Und das hat Jacqueline dann sehr gut gefallen. Bist du wirklich so ein Schwierig oder ist das einfach deine Masche? Nein, eigentlich schon. Also, es ist deine Masche, oder? Ja, es hat mich auch ein wenig gerusert, wo alle anderen schon geschleckt haben. Ah, ja, stimmt. Okay, jetzt merke ich es erst. Das verstehe ich auch. Ich glaube, mir wäre es gleich gegangen, wenn ich hier zuschauen würde und jede... Also, wenn jetzt Frauen einen Typ abschlabern würden, würde ich auch denken, okay, muss ich jetzt auch noch das aber von anderen abschlecken.